Nektar? Was ist denn mit dem Nektar? Den bringt die Arbeiterbiene dann zu ihrer Königin und die Bienen machen dann daraus Honig. Und was hat die Arbeiterbiene davon? Wie meinst du das? Ich meine, bekommt sie dann auch Honig ab. Nein, aber dafür darf sie dann mit den anderen Bienen im Bienenstock wohnen. Das ist aber nicht fair! Nein, das vielleicht nicht. Aber das mit den Babys hast du doch jetzt. Egal, warum bekommen Arbeiterbienen keinen Honig ab? Ja, aber Marie, das ist doch jetzt gar nicht das Thema. Der Punkt ist doch... Wenn ich arbeite, würde ich auch Honig haben wollen. Ja, aber die Bienen, die mögen ja gar nicht alle Honig ab. So ein Quatsch! Nee, wieso? Es hat ja sonst immer ein Herz und eine Seele. Und deshalb kann ich nicht allein in die Kantine, oder was? Nein, aber ich find's ja nur so toll wie gute Befreundezeit. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank.